Hey, dieser Monat ist Tag von Schweizer Milch, darum nenne ich dir sieben wichtige Facts zur Milch. Du erfährst, was ihr entdeckt und welchen Einfluss sie für unsere Gesundheit hat. Fakt 1. Die Schweiz ist ein Grasland. 80% der Landwirtschaft genutzt eine Frechli, bestätigt aus Gras. Unsere Kühe stellen aus dem Gras, das für uns unverdaulich ist, hochwertige Milch her. Fakt 2. Die Herstellung von Milch ist nachhaltig und Milchprodukt seit dem ganzen Jahr regional verfügbar. Fakt 3. Jährlich wird in der Schweiz ca. 3,4 Milliarden Liter Milch eingestellt. Der Durchschnitt Schweizer konsumiert etwa 60 Liter davon. Fakt 4. Die Milch ist ein super Power-Nährstoff-Paket für Jung und Alte. Sie besteht zu rund 87% aus Wasser und ist somit ein guter Flüssigkeitslieferant. Das Milcheiweiss ist aufgrund von hoher biologischer Wärtigkeit gut verwertbar und leicht vertaulich. Es sorgt für ein gutes Gesettungsgefühl und ist wichtig für den Aufbau von Muskeln und Säulen. Die Milch liefert viel Kalzium, ein guter Baustein für gesunde Knochen. Ein Glas deckt knapp ein Viertel von deinem täglichen Kalziumbedarf. Die Milchfette ist ein sehr bekömmliches Nahrungsfett mit allen wichtigen gesättigten und umsättigten Fettsäuren. Und sie hilft für die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D und E. Fakt 5. Die Studien zeigen, dass die Milch das Risiko für das metabolische Syndrom senkt. Sprich, weniger Übergewicht, geringere Blutzucker- und Blutdruckwerten sowie verbesserte Fettwerten. Fakt 6. Aufgrund von der Nährwert und ihrer Wirkung werden drei Portionen Milchprodukte im Tag entfallen. Eine Portion entspricht zwei nette Milch, 150 bis 200 Gramm Joghurt, Quark, Hüttenkäse, Blombatü und 30 Gramm Herdkäse sowie 60 Gramm Deichkäse. Fakt 7. Milch und Milchprodukte sind vielseitig anwendbar. Du kannst sie direkt konsumieren oder zahlreiche, süße bis salzige Gerichte herstellen. Fazit, es gibt jede Menge Gründe, die Milch einmal im Jahr zu feiern. Es ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel und gehört sowohl zu einer gesunden wie auch nachhaltigen Ernährung dazu. Ich verabschiede mich mit meinem Glas Milch, wo mir zahlreiche Nährstoff liefern will.